Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich finde, das ist ein wahnsinnig schöner Hof. Er ist sehr gemütlich und es gibt viel zu entdecken hier. Wir haben hier einen wahnsinnig schönen, hergerichteten, etwas älteren Hof, was ich ganz geil finde, weil es viel Charme hat, viel Leben mitbringt. Dann gibt es die Koppeln, die Stallungen. Da ist auch eine total malerische Scheune und wenn dann abends das Licht durch die alten Bretter fällt in die Scheune rein und dann die Pferde da stehen, das ist schon ein ganz großes Kino. Sie und dein Vater wollen eins. So eine Bindung habe ich niemals wieder erlebt. Ich denke, dass das den Flair und den Charme, den der im Hof ja nun mal mit sich bringt, dass das diese Location und dieser Drehort super unterstützt. Hat einfach einen ganz eigenen Zauber hier. Es wird auf jeden Fall wunderschön, mich sehen auf diesem Hof. Ich bin hier, um mein Pferd abzuholen. Nein, nicht Holly, nicht Sie. Wie ist der Plan? Daher, dass ich nicht davon ausgehen kann, dass Molly gut ein Meteoritenschauer trifft, muss ich mir was einfallen lassen, wie ich Holly zurückholen und den Blut retten kann. That's my girl. Pferde haben ihre eigene Sprache. Es dauert ein wenig, bis man sie versteht. Aber dann werden sie zu deinem besten Freund. Das ist also der berühmte Immhof. Ich bin Charlie und das sind meine Schwestern Lou und Emmy. Er, dann Lou. Schon gut, Charlie. Beruhig dich. Oder sagen, du hast die Fähigkeit deines Vaters gehabt. Mein Vater hatte schon immer ein Talent dazu, Pferde zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Ich vermisse ihn. Du könntest dich ruhig mal ein bisschen mehr ins Familienleben einbringen. Nicht immer nur verkriechen. Tu ich doch gar nicht. Doch, Lou. Du bist voll der Problem, die Karten. Es ist soweit. In sechs Tagen müssen wir den Hof räumen. Was? Ich bin hier, um mein Pferd abzuholen. Nein, nicht Holly, nicht Sie. Lou, wir finden eine Lösung. Lou. Ich will nicht wieder zurück. Sonst vermagst du selber an dich glauben. Willst du hier wirklich ein, das zu schaffen, woran alle Profis bisher gescheitert sind? Ja. Gemeinsam schaffen wir das. Es wär schön möglich, ein Wunder so glauben. Und es wär so schön, um es nicht zu riskieren. Was ist passiert? Bitte geben Sie uns noch eine Chance. Du hast eine Chance gehabt. Wir sind es unmöglich, ein Wunder zu glauben. Wir sind es unmöglich, ein Wunder zu glauben. Wir sind es unmöglich, ein Wunder zu glauben.